Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Er ist ein Vollprofi, wie er im Buche steht. Also total diszipliniert. Leistungsträger bei der TSG Hoffenheim, Torwart und Kapitän Oliver Baumann. Ob er vielleicht trotzdem die ein oder andere kleine Schwäche hat, das versuche ich jetzt in der nächsten halben Stunde in Erfahrung zu bringen. Herzlich willkommen, Olli. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Olli, du wirst auch der Elfmeter-Killer genannt. Das ist ja schon ein bisschen Wucht hinter dem Wort. Wie wird man denn ein Elfmeter-Killer? Erstmal durch eine hohe Anzahl an Elfmetern gegen einen. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Ja, und dann durch die gehaltenen Elfmeter, die jetzt mittlerweile echt ein paar geworden sind. Wie? Schwierig. Zumal ich ja auch nicht jedes Geheimnis verraten möchte, aber steckt natürlich auch Training dahinter. Und aber auch viel Glück, muss man schon noch sagen. Und vermutlich auch sehr gute Reflexe. Ja, auch. Aber das hilft grundsätzlich als Torwart. Kann man das trainieren? Ja, ich denke schon, weil ich denke, du kannst ja viel durch Wiederholungen, also einfach wirklich viel Training natürlich, aber auch Augentraining, also so Neurotraining quasi. Dann durch die Anzahl kannst du natürlich irgendwann mal auch ein bisschen besser antizipieren. Nicht spekulieren, sondern antizipieren. Und ja, das alles hilft dem Tor. Olli, ich habe dich ja so ein bisschen gestalkt, ich gebe es offen zu. Apropos Augen. Hast du dir gedacht, hast du gemerkt. Da gab es so ein Trainingsbild von dir mit so einer total abgespaceden Brille. Das kann ich gar nicht so beschreiben, so zwischen Sonnenbrille und Haucherbrille. Trägst du es, weil du es kannst oder macht die auch irgendwie Sinn? Also gut sieht es nicht aus für mich. Geht so. Aber wenn es einer tragen kann, dann gut. Ja, aber ist mir im Training auch egal. Dann, also es gibt tatsächlich zwei Trainingsbrillen, die wir haben. Eine sieht wirklich aus wie eine Sonnenbrille, die flackert, also wie wenn du die ganze Zeit blinzeln würdest. Die dir dann Strecke, also wenn ein Schuss kommt, wenn der Ball fliegt, Strecke nimmt, dass du es schwieriger hast, den Ball einzuschätzen. Und die, die du meinst, da habe ich jetzt ja auch aktuell ein Bild gepostet, sieht auch aus wie eine Taucherbrille, die nimmt dir die Seitensicht quasi. Also nur, dass du pro Auge so ein Fenster in der Mitte hast, um den Ball zu sehen und nimmt dir natürlich die Sicht, das periphere Sehen, das räumliche Sehen und macht es einfach schwieriger, die Geschwindigkeit vom Ball einzuschätzen. Und bei der ist halt gut, die ist tatsächlich aus Gummi, das heißt, wenn einer mal dann durchgeht und du den Ball falsch einschätzt, dann... Hast du danach immer noch zwei Augen. Dann habe ich danach immer noch zwei Augen und es... Das ist beruhigend an der Stelle. Genau, und es splittert nichts ab. Also die andere ist halt, die klassische Sonnenbrille ist quasi Plastik und dann ist es zu gefährlich für das Training, aber die andere, da kannst du auch mal einen abkriegen. Ich habe gesehen, das erste Trikot, das du hattest, war von Buffon. Ich muss ja zugeben, ich bin ein großer Fan von ihm gewesen. Mit Sicherheit aus anderen Gründen wie du. Können wir auch nochmal drauf eingehen. Ja, das machen wir nachher, wenn die Kamera weg ist. Wartest du ein Vorbild für dich oder hattest du so andere Leitfiguren? Oder hattest du gar keine Leitfigur, weil du gesagt hast, ich mache mein Ding so, wie ich es mache? Naja, nicht so, wie ich es mache. Also ich habe natürlich viele bewundert, Buffon, Kahn, viele andere und habe versucht, mir aus denen so meinen Stil, der zu mir passt, der zu meiner Persönlichkeit passt, der zu meinem Körper passt. Ich kann ja nicht jemanden nachhaben, der zwei Meter zehn groß ist. Also das geht nicht. Und habe mir so versucht, immer ein, zwei Themen rauszupicken, wo ich sage, okay, die versuche ich auch so zu machen, wie er es macht. Weil früher in der Jugend war ja das Torwarttraining noch nicht so wie heute. Es war noch nicht ganz so professionell. Du hast Torwarttraining gehabt, klar. Aber so ganz professionell war es noch nicht. Und so habe ich mir immer versucht, Dinge abzuschauen. Wollte aber nie irgendwie, ich will genau so sein. Zum Beispiel dieses... Das sehr Emotionale von Oli Kahn, das hätte nicht zu mir gepasst. Klar bin ich mal sauer an emotional, aber das, finde ich, passt nicht zu mir. So, da wollte ich schon mir treu bleiben und auch authentisch. Und das war immer die Richtung, die ich verfolgt habe. Und das Buffon-Trikot war ein gefälschtes Trikot. Was? Aus dem Südfrankreich-Urlaub mit meiner Familie damals. Und trotzdem wurde es mit Liebe bedacht. Ja, natürlich. Auch gefälschte Sachen können ihren Wert haben. Hauptsache, der Name steht drauf, aber... Bin ich voll bei dir. Ja. Du hast gesagt, so früher in den Anfängen war das Torwarttraining ein anderes. Jetzt würde ich gerne mal mit dir über die Position des Torwarts sprechen. Das ist ja eine spezielle Position. Im Prinzip wie in der Einzelsportart, in der Mannschaftssportart. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich als Kind auch mal Fußball spielen müssen, weil mein Sportlehrer der Meinung war, an der Runde noch mal liebe Grüße an Uwe Rahn, den kennt auch der eine oder andere, also im pubertären Alter mit Jungs zusammen zu spielen. Das hat super geklappt. Ich habe die Narbe bis heute am Knie. Aber was mir aufgefallen ist, es wollte ja nie einer ins Tor. Also eigentlich wollten alle immer draußen rumrennen. Wie findet man... Und man muss ja dazu sagen, früher waren die im Tor gestanden, sind ja nicht die Bewegungslustigsten. Wie findet man zu dieser Position? Ja, angefangen hat es tatsächlich im Hof zu Hause mit meinem Bruder. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich und der Größere und Stärkere entscheidet. Und was war? Er will natürlich aufs Tor schießen. Ja klar, der Kleine muss dann halt ins Tor. Und dann bin ich zu Hause halt immer ins Tor. Und dann habe ich gesagt, ja ich will auch mal schießen. Nein, ich bleibe im Tor. Ich will schießen. Na ja gut, alles klar. Als ich dann aber zum Verein gekommen bin, das war in der F-Jugend. Und da waren schon welche im Verein. Die waren schon zwei Jahre vor mir halt einfach im Verein. Und die Mannschaft stand schon mehr oder weniger. Da gab es schon einen Torwart. Der war dann halt auch nicht so gut im Feld. Und bei mir war es ganz gut im Feld. Also es war okay. Und ja, dann habe ich in meinem Feld gespielt. Aber irgendwie hatte ich immer den Drang, so was anderes zu machen wie andere. Okay, alles klar. Also gegen den Strom schwimmen. Genau, das ist heute auch bei manchen Sachen so. Möchtest du Beispiele nennen? Nee, erstmal nicht. Okay. Aber später drauf zurück. Ich merke es mir. Können wir später machen. Aber zum Beispiel bei so einem klassischen Torschuss, wie es in der Jugend ist. Du stehst in der Reihe, schießt, holst deinen Ball, läufst zurück. Was mache ich? Wo hat mein Ball geholt? Bin zurückgelaufen, bin rumgesprungen, habe mich hingeschmissen. Ohne eine Aktion. Einfach, weil ich es cool fand. Okay. Du wolltest dich bewegen. Anders bewegen. Hat sich die Mama gefreut, wenn wieder alles dreckig war. Ja, meine Sachen waren immer dreckig. Großes Dank an die Mama, die hat fleißig gewaschen. Ja, und so hat es angefangen. Dann durfte ich auch mal ein Turnier ins Tor. Also nicht nur in der Saison, sondern bei einem Turnier. Da haben wir ganz gut abgeschnitten. Und irgendwann durfte ich dann ins Tor. Und ein Jahr später bin ich dann schon zu Freiburg gewechselt. Apropos Mama oder Eltern, die sind ja am Anfang schon auch wichtig. Die gehen mit auf die Turniere, die schauen sich die Spiele an, die sind so ein bisschen auch emotionaler Rückhalt. Waren deine Eltern so eher die Fußballeltern, die so ruhig zugeguckt haben? Oder die auch mal gesagt, Mensch Olli, jetzt hast du es nicht gesehen, rechts, links. Oder danach den Schiedsrichter mal kurz zum Vier-Augen-Gespräch gebeten haben? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die gab es auch zum Glück meine nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, so oft waren sie gar nicht dabei, weil wir einen Hotelbetrieb hatten. Und ja, meine Eltern halt 24-7 erreichbar sein mussten. Anfangs dann noch nicht so flexibel mit Handy, sondern eher so, es muss immer einer zu Hause sein. Anfang hat es die Oma noch gemacht und irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Und ich war viel alleine unterwegs tatsächlich. Also sie haben mich quasi ein, zwei Dörfer weitergefahren und die haben mich dann auch oft mitgenommen. Da großen Dank an Familie Körber. Die haben einen Fahrdienst gemacht. Ja, brutal. Also es war wirklich nur zwei Dörfer weiter, aber die haben mich meistens mit zum Training und mit zurückgenommen und zu den Spielen. Ja, wurde aber dadurch dann halt auch selbstständig in der Hinsicht. Und das sehr früh, ne? Das dann sehr früh, weil, wie gesagt, meine Eltern halt arbeiten mussten. Gab es dann aber, wenn sie aus dem Hotelierbereich kamen, wenn dann ein Sieg da war, gab es dann Essen für alle oder irgendwas? Oder Marschverpflegung im Mannschaftsbus oder so? Ja, also es war ein Garni-Hotel. Also wir hatten kein Restaurant in dem Sinn. Anfangs hat mein Vater noch Frühstück gemacht und es gab so Vesperbrot abends. Also nur so eine Kleinigkeit eigentlich und ein paar Suppen. Restaurant war das nicht. Und deswegen gab es da auch jetzt nicht großartig viel Essen oder so. Außer halt, na klar, für uns. Mein Papa hat Koch gelernt auf dem Schiff und hat dann immer für uns gekocht. Aber klar, aber halt für Mannschaftskollegen oder so. Kannst du kochen? Ja, aber das meiste macht meine Frau. Ich habe ja gehört, dass du, was Ernährung anbetrifft, dass du da sehr streng bist und sehr stark auf gesunde Ernährung achtest. Was ist für dich gesunde Ernährung? Naja, auf der einen Seite, dass die Ernährung mir wenig Entzündungen in den Körper reinhauen quasi. Also ähnlich Fleisch oder? Doch, Fleisch wieder mehr. Also ich habe mal so ein paar Sachen getestet. Mal vegetarisch, mal habe ich Paleo gemacht. Also fast ohne Kohlenhydrate. Das ging aber nicht lange gut. Das hat mir einfach Energie gefehlt. Versuche einfach sehr viel Gemüse, gute Kohlenhydrate, Fleisch und Fisch zu mir zu nehmen. Weil ich dann schon auch gemerkt habe, ich brauche die Proteine. Und gegen eine gute Qualität spricht da einfach auch nichts. Und ja, war halt immer so, ich versuche immer alles rauszuholen und Ernährung ist halt ein großer Teil. Absolut. Und toi, toi, toi bei meiner Muskulatur, ja, dankt es mir eigentlich immer. Ja, die ist schon, die hält schon einiges aus. Bist du dann jemand, der das für sich alleine durchzieht? Oder bist du auch dann jemand, der so die Mannschaftskollegen ein bisschen da auch mit integrieren will? Und sagt, was ist denn du da für ein Quatsch? Denk dir mal deine Gesundheit. Ja, schon auch. Auch meine Frau hat drunter gelitten. Die muss das ja kochen. Die muss das auch, ja, mit mir zusammen kochen. Ja, versuche dann schon. Mittlerweile haben wir einen super Koch, wo wir lange dafür gekämpft haben. Jetzt brauche ich es in dem Sinne nicht mehr machen. Aber halt, ja, ist schon der ein oder andere Satz mal gefallen, warum halt Weißmehlprodukte jetzt halt auch nicht so toll sind. Also in Hoffenheim ernähren sie jetzt alle gesund? Überwiegend, ja. Aber wie ist es mit Alkohol? Trinkst du Alkohol oder ist das auch gestrichen? Sehr, sehr, sehr selten. Also wenn dann mal ein Glas Wein, aber komischerweise auch nur hinter dem Aspekt, weil ich mich dann darüber informiert habe und dann geht es ja um die roten Trauben, die gut sind. Und Olli, das ist total die richtige Antwort. Ganz wichtig, der Wein, der muss in Ehren gehalten werden. Ja, das ist auch okay. Schmeckt mir auch mittlerweile. Also das kann man schon machen. Aber das werden jetzt viele nicht glauben. Ich war noch nie in meinem Leben besoffen. Wollen wir nicht heute damit anfangen? Nee, werden wir auch nicht. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Aber da bin ich zu sehr ein Kontrollfreak. Also ich kann die Kontrolle da nicht abgeben. Aha, da sind wir bei, ich vermute mal, bei einem sehr perfektionistisch ausgelegten Menschen. Ja, macht es nicht immer einfacher. Würdest du dich da irgendwie wiedererkennen bei dieser Aussage? Ja, schon auch, ja. Was ich glaube aber auch tatsächlich, also das weiß ich von vielen, die im Tor stehen, dass die einen gewissen Perfektionismus ja auch an den Tag legen müssen, weil ihr darauf einfach auch sehr viel Verantwortung habt. Du hast extrem viel Verantwortung. Ich finde, es soll generell im Profisport so sein. Also wenn das anders ist, dann frage ich mich, ob die Person da richtig ist. Aber ja, aber es stresst auch. Also ich hatte echt mal eine Phase, wo ich dann Magenprobleme gekriegt habe und dann musste ich ein bisschen lockerer wieder werden. Also hat mir mein Körper schon gezeigt, das ist jetzt nicht ganz optimal. Da ich auch ein Perfektionist bin, vielleicht hast du einen Tipp an mich, wie kriegt man das hin, lockerer zu sein? Ja, schwierig. Diesen inneren Perfektionisten mal kurz an die Seite zu stellen? Ja, man kann schon auch mal fünfergerade sein lassen. Also bei mir gibt es auch einen Cheatday, so ist es nicht. Aber ich kann schon mittlerweile bewusst sagen, wenn ich jetzt halt tatsächlich ein Stück Kuchen angeboten bekomme oder was auch immer, dann ist es halt meistens unter der Woche nicht drin. Ist eher dann nach dem Spiel so. Ist das so die kleine Schwäche, die ich aus dir rauskitzeln möchte? Ja, also bei mir gibt es schon auch Süßigkeiten und auch mal zu einem Kaffee Käsekuchen oder irgendwas, ein kleines Stück. Habe aber dadurch, dass ich schon sehr wenig Zucker zu mir nehme, also raffinierten Zucker, kann ich es auch nicht mehr essen. Also auch so schwere, es gibt ja so richtige Sahnebomben und so Zeug. Also Chips, irgendeine Schwäche musst du ja noch haben. Ja, geht schon auch. Das gibt es doch gar nicht. Ja, aber halt dann sonntags. Ah, sonntags kommen die Schwächen. Also wenn wir Samstag spielen, dann Sonntag, dann lasse ich auch, dann ist es egal. So, dann geht es Montag wieder los. Hast du auch irgendwie kleine Macken? Das ist doch eine Macke. Ja, aber so, also ich zum Beispiel, das wissen wenige, also ich glaube, du bist der Erste, dem ich das erzähle. Ich meine, jetzt, wo wir so unter uns sind. Gut, dass wir unter uns sind. Genau, wir sind ja unter uns. Ich stelle zum Beispiel meine Uhr nie. Ich habe noch nie im Leben meine Uhr gestellt. Keine Ahnung, warum das so ist. Das macht meine Frau auch. Ah, dann bin ich. Die muss immer ich stellen. Du meinst, ich brauche keinen Therapeuten, der... Nee, so schön, ich weiß es nicht. Gott sei Dank, bin ich beruhigt. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn mich jemand anruft. Ich hasse WhatsApp. Da bin ich ein Held drin, vor allen Dingen in Sprachmitteilung und Podcastlänge. Aber so das Anrufen, wenn mich jemand anruft, ich habe damit nicht gerechnet und es ist nicht in meinem Zeitplan. Ja, ich verstehe das. Bin ich völlig aus dem Konzept. Ja, dann läuft der Anrufer mal ins Leere. Okay, also Genehmigung von Oliver Baumann. Ich muss nicht mehr ans Telefon gehen. Das tut mir jetzt an der Stelle gut. Na ja, kommt schon drauf an. Ich bin auch die Fraktion, entweder ich schreibe dir in 45 Sekunden bei WhatsApp zurück oder es dauert eine Woche. Oh. Ja, das macht mich dann wieder wahnsinnig. Wenn ich eine Woche warten muss auf eine Antwort. Ja, dann kannst du ja zwischendrin nochmal schreiben und auf die 45 Sekunden hoffen. Super, alles klar. Also, okay. Kinder, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie deine Anfänge waren. Du hast beim FC Bad Grotzingen angefangen. Du hast gesagt, da war auch wichtig, dass du Support hattest auch von anderen Leuten, die gefahren sind, die da waren für dich. Du hast letztes Jahr den Verein Ollis Kinderwelt gegründet. In welche Richtung geht dieser Verein? Was hat der für Inhalte? Na ja, soll ich da länger ausholen? In erster Linie geht es darum, einfach zu helfen. Dann auch meine Reichweite, mich als öffentliche Person zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, aber auch selber zu helfen. Kindern zu helfen, benachteiligten Kindern, kranken Kindern, Familien, die es extrem schwer haben und nicht mit eigenen Füßen oder mit eigener Kraft da rauskommen. Aus verschiedenen Situationen, sowas. Angefangen hat es, dass 2012 mein Vater gestorben ist, da war ich 22 und nochmal so ein Fact nebenbei, er hat zwei Profispiele von mir live gesehen. Und das tut schon weh. Aber Kinder, sagt man ja auch immer, die können am wenigsten dafür. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, ich möchte was Gutes tun, ich möchte das Leid verringern, weil es waren natürlich viele Krankenhausbesuche darunter. Und du siehst einfach auch, was da für Leid gibt. Und bei Krankheitsfällen können die wenigsten was dafür. Und so kam das. Und ich möchte helfen, ich möchte Gutes tun. Und mit Ollis Kinderwelt gibt es jetzt einen Verein, wo ich zum Beispiel das Babynest in Schönau unterstütze. Davor habe ich die Kinderkrebslinik in Heidelberg unterstützt. Ich wollte auch nie so derjenige sein, ja, hier hast du Geld, mach was. Und du weißt eigentlich gar nicht, was da passiert. Und ich weiß nicht, was passiert. Und wenn nicht jemanden fragt, musst du erst mal nachfragen, was da los ist. Genau, so kriegst du eine Spendenbescheinigung und hast, ja, Tschakka, hast gespendet. Und hast ein gutes Gewissen. Kann man machen, wenn man sich informiert und welchen Verein man dadurch unterstützt oder welche Stiftung. Und ich wollte aber immer so wissen, was passiert und auch gerne auch mal Erlebnisse schenken. Und bei der Kinderkrebslinik hat es so angefangen, dass ich die gefunden habe und nach Kriterien gesucht habe, die sowas machen. Also eine Helikopterrundfahrt, zu einem Fußballspiel, zu einem Eishockeyspiel. Da sind wir hier in der Region top versorgt. Oder Sachen für die Schule oder eine Nintendo Switch oder irgendwas. Und wenn du die persönlich übergibst und der Junge hängt aber am Tropf. Und der freut sich. Der geht dir das Herz auf, der kriegt jetzt schon wieder Gänsehaut. Und das sind so Themen. Und jetzt eben dann auch haben wir angefangen mit dem Babynest aus Schönau, wo Kinder sind, die schwer krank und behindert sind, die dann teilweise nicht selbstständig laufen können, nicht selbstständig krabbeln können. Also die brauchen Betreuung, 24-7. Und ja, diese einfach unterstützen. Oliver, man merkt, es liegt dir am Herzen. Das habe ich ein bisschen lange geredet. Das ist total in Ordnung. Da meine Uhr sowieso ausgegangen ist, muss ich mich da überhaupt nicht mehr danach richten. Die Uhr ist auch nicht gestellt, von daher. Ist mir schon wichtig. Und ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben. Wir sind noch in den Anfangszügen, sage ich mal. Aber ja, umso schneller, umso größer der wird, umso schöner. Und ich glaube, es ist auch ein schönes Gefühl, was zurückgeben zu können, wenn man doch lange Zeit auf einer guten Seite des Lebens irgendwo unterwegs ist. Ja, vollkommen. Zum anderen ehrt es dich natürlich. Ja. Aber bei mir ist es eh so, ich stelle eh niemanden über mich. Warum auch? Also ich stelle mich auch nicht über jemanden. Ja. Andersrum. Und von dem her sind wir am Ende eh alle gleich. Und ja, warum nicht das nutzen? Also meine Reichweite. Ich hoffe, viele folgen deinem Vorbild, weil genauso Menschen braucht es auch. Die es wirklich aus Herzen und aus gutem Gefühl machen und auch dahinter stehen. Der Podcast heißt ja Menschen aus der Kurpfalz. Jetzt bist du ja streng genommen nicht aus der Kurpfalz, sondern aus der Freiburger Ecke. Aber so gut wie ein Kurpfalzer nach dieser langen Zeit. Ja. Was findest du hier in der Kurpfalz besonders lebenswert? Ne, ich liebe, vielleicht darf man das jetzt nicht sagen, aber ich liebe beide Städte Heidelberg-Mannheim. Tja, das kann man sagen. Ist doch sehr versöhnlich. Ja, manche haben noch so ein bisschen. Da braucht es manchmal Menschen von außerhalb, die das wieder zusammenbinden. Der Mannheimer, der möchte ja kein Heidelberger Kennzeichen zum Beispiel. Ne, habe ich gerade einen Freund, Marc. Es gibt noch schlimmere Kennzeichen hier in der Region, aber. Ja, aber so zum Beispiel. Ne, aber ich mag es total. Wie gesagt, die Städte sind super, die Natur ist super. Es ist total weitläufig. Also es ist nicht nur so fokussiert auf das eine Zentrum. Das heißt, wenn du dahin gehst, weißt du, okay, du triffst sie alle. Denn ich kann schön ausweichen. Bei mir ist es dann so, wenn ich dann frei habe, dann muss ich auch nicht unbedingt jemanden treffen, den ich kenne. Verstehe ich. Ja, weil halt das dann mein Ruhepol ist oder mein Ruhetag quasi. Und genau, da kann man total gut ausweichen. Und man hat hier sehr viele Möglichkeiten an, wie gesagt, an Natur, an Cafés, an Restaurants. Ja, also wir fühlen uns heimisch. Das ist sehr gut. Und vor allen Dingen, was ja schön ist, du hast frühzeitig verlängert. Das heißt, ihr könnt auch weiter heimisch hier bleiben. Ja, das ist sehr gut, ja. Das freut uns natürlich alle sehr. Wollen wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. EM zu Hause. Rechnest du da mit einer Nominierung? A, hast du ja Nominierungserfahrung. Zum anderen ja auch einen ganz guten Draht zum Julian. Ich weiß es nicht. Also, wenn mich Fußballkollegen, sage ich mal, fragen, ah, ohne EM und so, dann sage ich, ich weiß es nicht. Dann sagen die, ah, komm, hör auf, du bist auf jeden Fall dabei. Also, dann bremse ich immer, weil... Da kommt wieder der Perfektionist durch. Ja, für was soll ich jetzt sagen? Na jo, klar, bin ich dabei oder ich denke schon und dann ist es nicht so. Also, ich nehme es dann schon, wie es kommt und bin jetzt, ja, total entspannt. Aber ich möchte natürlich schon dahin, wenn ich jetzt so oft dabei war, möchte unbedingt mein erstes Spiel machen für die Nationalmannschaft und möchte dann natürlich auch bei einem großen Turnier helfen. Dann drücken wir die Daumen. Ja, danke. Also, ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob dir das was wert ist, aber ich habe ein gutes Gefühl. Doch, ist mir wert. Mach mal Werbung dafür. Ja. Hoffenheim, im Moment ein bisschen unglücklich. So ein bisschen manche wie vom Klo in die Hose gemacht. Ist alles super. Team ist toll. Ja. Und am Ende sind es doch nicht drei Punkte. Hast du eine Ahnung, an was das liegt oder ist das manchmal irgendwie, keine Ahnung, eine negative Energie, die da irgendwie ausgeräuchert werden muss? Ich glaube, es ist aktuell einfach die Leichtigkeit. Die fehlt. Ja. In gewissen Bereichen. Ich finde, so wie du gesagt hast, das Team ist super, der Trainer ist super, der Verein ist super. Da gibt es gerade wirklich wenig, wo ich sage, das ist schlecht. Da gibt es eigentlich gar nichts. Aber es ist halt manchmal so, dass du dann in so eine Phase kommst und dann wird es halt schwierig, da wieder rauszukommen. Dann musst du halt manchmal ein bisschen mehr tun, ein bisschen mehr daran arbeiten, manchmal ein bisschen geduldig sein, dass du da wieder rauskommst. Aber ich finde jetzt gerade, ja, wir sind enttäuscht vom Heidenheim-Spiel, dass wir nur unten gespielt haben. Aber es war trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Es war viel stabiler. Wir haben sehr viel Torchancen rausgespielt. Hätten wir keine Torchancen rausgespielt und du spielst irgendwie 1-1 und es war ohne Dominanz oder irgendwas, dann hätte ich große Sorgen. Und so habe ich keine großen Sorgen. Aber du musst natürlich voll ins Detail gehen und voll perfektionistisch sein, um da wieder rauszukommen, finde ich. Ich darfst dich aber dann wiederum nicht verrückt machen und dich auch, ja, dir selber vertrauen und der Mannschaft vertrauen und dem Trainer und so weiter. Da die Mannschaft auch dich als Kapitän, der vielleicht dann auch die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt findet. Olli, du bist 33, das ist ziemlich jung. Allerdings ein Profisport ist natürlich ein bisschen die Zeitrechnung der anderen. Das heißt, mit 33... Als Fahrrad geht es aber. Ja, aber man macht dich vielleicht manchmal schon so Gedanken, wie geht es denn nach der Profikarriere weiter, die hoffentlich noch ganz, ganz lang dauert. Hast du da so eine Idee? Nicht konkret. Ich sage mir aber, ich möchte erstmals Wochenende frei haben, weil ich mein Leben lang am Wochenende gespielt habe. Klar, am Anfang war es Hobby, aber es ist halt einfach ein Job und wo du halt wirklich, wenn du Samstag spielst, musst du Sonntagmorgen antanzen zum Regenerationstraining. Das heißt, du hast einen halben Tag Sonntag und dann nochmal einen Tag unter der Woche. Und das ist aktuell meistens der Montag. Wenn wir einen normalen Rhythmus haben, hast du frei. Und sonst bist du echt halt sauviel unterwegs und natürlich hast du auch viel Druck und Stress und das alles kommt noch dazu. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte eigentlich erstmals Wochenende frei haben, trotzdem aber am Fußball dran sein, weil ich denke, die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile habe und natürlich die Liebe zum Sport und zum Fußball, die möchte ich nicht wegschwenken. Und dann muss man mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber das sind erstmal so meine Kriterien. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den ersten Schritt. Ich möchte noch ein paar Jahre spielen, ja. Ja, auf jeden Fall. Das wirst du auch. Wie gesagt, die Daumen sind gedrückt für die EM. Wie gesagt, du wirst dich an meine Worte erinnern. Ich hatte ein gutes Gefühl. Denk bitte dann dran. Und natürlich auch... Verlass mich drauf. Ja, genau. Vielen Dank, Olli, dass du da warst. Ja, dankeschön. Von mir aus könnte es noch länger gehen. Das war ein gutes Gespräch. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rheineckar Nord und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal. 剛ack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack.Konack.Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Konack-Kon